um da muss so die sterne wegkriegen aber ich sehe jetzt nicht mehr ob er sterne hat doch zwei ich bin die ganze Zeit im Zuschauermodus aber die sehen mich doch jetzt gar nicht normalerweise das dauert halt ein bisschen dann bleibt man im Gebüsch stehen genau wenn du im Gebüsch stehst sehen die die finden die den nämlich nicht das habe ich nämlich auch mal gemacht habe ich im Gebüsch, ne nicht den Gebüsch und jetzt noch L3 drücken lol das schaut sich überhaupt nicht verdächtig aus ey du stehst ja auch am Baum und ich mitten im Busch so jetzt L3 drücken im Busch genau da ja genau jetzt L3 ey du bist doch jetzt nicht in der Hocke oder jetzt ist der V-Eck genau jetzt musst du so bleiben warten noch drei Stunden mein Kameramodus zeigt mir den Busch ich bin der Busch oder macht es für Cops keinen Unterschied ob sie die Büsche sehen doch lustig wenn er hingeht und denen er schießt obwohl er im Busch ist nein äh ich hab das auch mal gehabt mit Sterne hab ich da im Busch gegangen da sind sechs Polizisten mit Shotgun-Anfüll vorbeigelaufen what the fuck jetzt hat mein Fernseher wieder gesagt ey ich muss erstmal mein Bildmodus wieder wechseln leck mich ja ich höre keine mehr aber trotzdem fahren sie da oben noch und wechselt der nach der Zeit sein Bildmodus wieder mich verarschen ach mal du bist auch einmal gestorben einmal ja oh das dauert aber lang zu lang ja die waren von euch noch so angepisst die waren von mir angepisst weil ich die so fällig gemacht hab da bin ich leider scheiße wie du da bist du hast dich selbst fertig gemacht ich laufe hier in die Richtung weiter von den muss ich mich weiter entfernen was sollst du denn noch weg ja wo willst du denn noch hin da rennt er wieder ich bedenke du musst das auch wieder zurücklaufen alter wenn du da runterspringst ne oh mach mal ich will das sehen komm ist eh vorbei komm spring spring es ist eh vorbei naja komm wie lange wollen wir noch warten bis du es geschafft hast ehrlich ja ich schaff das das ist so stopp aus wie der nach wo ich die Ecken läufe das sieht so komisch aus das heißt ich mach ne kleine Pause leiter ist noch einfach so ein bisschen zusammen das kürzer ist bis gleich echt ne Pause ne ne ich geh schnell hier wissi für kleine Mädels er ist der Frauenarm jetzt kleine Mädels bis gleich jetzt mal im Ernste an mir wie lange dauert das warte ich riskiere es mal oh ein Zug das ist es ja das ist das da brauchst du zu lang um da hoch zu kommen das schaffst du nie guck mal an wie lange du da hoch rennt er ist schon lang vorbei da oben kommt schon wieder die nächste Bullerei und such dir ein Auto ey scheiß doch jetzt einen drauf da würde ich ja lernen geh hoch und hol dir dein Auto da über dir ist die Straße brauch ich ja ehlig ey muss ich überfahren alter was sind die Bullen alter ich sehe jetzt die Sicht der Bullen die Bullen links äh hinter dir ja ich weiss ach schnell schnell oh oh ach schweine der Zivilist hat mich weg gekracht weil ich drücke ich drücke Dreieck und der will zum Einsteigen macht dann nochmal den übelsten Bogen ja hab ich gesehen ja hab ich gesehen ich hab 5.000 Nährgaben alle gekriegt ey ja fortsetzen ach ne wir müssen wir auf Ivan warten aber du musst jetzt schnell kommen er hat nur noch 55 Sekunden ja was nehmen wir hier denn? wir nehmen das mal mit dem Flugzeug hier in der Mitte drück da mal drauf ja drück doch drauf ja das ist ja über stimmt jetzt muss er da mitmachen nee wir können auch ohne ihn spielen ja spielen wir halt ohne ihn wenn er nicht kommt wenn er nicht kommt dann hat Pech er steht dann einfach nur da rum genau sein Flugzeug steht da ja wartet auf den Start klack wo mir das... oah voll ich kann hier gar nichts ändern hier steht was wo mit Jets und Punkt zu Punkt ja hat ne Bewertung von irgendwas hab ich mit Ivan auch schon mal gesperrt und wieso ist Ivan der Hoss wenn ich die angenommen hab? ja keine Ahnung Entschuldigung Leute so wie du dacht los Ivan guck nach was alles in Ordnung ist wir fliegen was ja wir nehmen Jets oder was ist das? klassische Jets und sowas Punkt zu Punkt ja wir müssen dann bloß Jets von einem Airport zum anderen bringen wahrscheinlich ja der Tage wurde vom Zivilisten überfahren ja ne doch aber Pink what the fuck was ich fliege wir fliegen schon oder was? ne achso achso wir suchen uns jetzt oh ja kann mich nicht entscheiden für das Pinke oder für das Graue oh aber hundertprozentig das Graue kann aber schießen ne ja nein 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 ich wollte die nicht genau hier so jetzt geht's so wollte ich oh Berufspilot nennt sich die Mission da gibt's gar nix hier gar kein Geld oh hopp die Wette gilt oh Sturzflug in der Innenstadt was bietet nur dieses Punkt zu Punkt Rennen für Düsenjäger du startest in der Tongva Hills steigst auf maximal Höhe auf rast dann fast senkrecht abwärts und versuchst die Maschinen im letzten Moment abzufangen der höchste Aufstieg und der längere Sturzflug den wir kennen du wirst deinen beliebenden was hab ich jetzt nicht ganz so begriffen aber wieso sitze ich nicht in diesem Drecksding ich hab das gar nicht genommen wirst du mich jetzt eh darf ich jetzt fliegen okay also wir müssen wie ach so das ist bloß nicht rammen Na nein ich bin im Wasser gefallen ich bin auch weg oh das ist ja ätzend Ich bin wieder da, ich bin... Boah, was für ein Scheiß-Einstieg. Loll. Alter, fliegt sich das Kacke. Kannst du aber laut sagen. Oh Gott, ich krieg hier das Kotzen. Tut mir leid, Zuschauer, wenn das zum Kotzen wert ist, aber... das Leben ist, wie es ist. Ich schaff's noch ein bisschen. Nicht zum Lachen, Willi, nicht zum Lachen. Ey, komm, Alter, ich hab doch nur wieder an den Fall getroffen. Das ist doch der restliche Bullshit, ey. Warum hast du nicht gewettet, du Sack? Weil ich jetzt weiß, dass ich verliere, weil er nicht den Jack genommen hat, den ich haben wollte. Oh nein. Wollte doch Pinky haben, ey. Also ich mag auf jeden Fall diesen Jack nicht. Der lenkt sich so komisch. Du musst nur bremsen. Du kannst mit dem Jet ebenso bremsen. Warum sind wir jetzt so hoch? Hat das jetzt einen Sinn? Warum kommt jemand wieder runter? Nein. Oh nein, da war eine Dingsleitung. Was? Wo bist du denn, Daniel? Ach, ich schaffe immer so zwei und dann fliege ich in die Luft. Oh Gott, ey, wie hoch denn noch? Alter, ich hab gerade über Kopf das Ding durchflogen. Ja, aber mach ich auch schon die ganze Zeit über Kopf. Was ist er denn, Gitter? Oh Gott, ich kotze gleich. Oh, Alter, ist das... das ist voll schnell. Oh Gott, ich seh das Ding nicht mehr. Wo ist das denn? Jetzt muss ich ein Looping machen, oder was? Alter, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Oh, oh. Wieso denn fehlgeschlagen? Ich mach jetzt n Mist, boah, ne. Ich seh nix mehr. Ey, mit dem Jet durch die Stadt. Oh nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Alter, ich kotze wieder. Leute, ihr hört die Mädels klagen. Ich mach das hier voll geschüllt. Die Mädels? Ja, voll geschüllt, ey. Am Arsch. Wo ist denn jetzt der nächste Reifen, ey? Voll easy peasy. Voll easy peasy. Wo ist das Ding? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, ich hab's überlegt. Schade, ich hab keine Raketen. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich hab nämlich gleich zum Beginn des Rennens geguckt, ob wir Raketen haben. Ja, weil er uns abknallt, ne? Ich bin einmal abgestürzt, oder zweimal? Ist das jetzt über uns, oder oben in der Stadt? Ach, da oben. Also ich hab's beendet. Da oben ist er. Wo sind denn die Reifen, Alter? Wo ist denn das goldene Ding? Jetzt volle Kalle unten im Boden rein. Nee, ja, boom. Boah, ich hab alles in die Luft gejagt, was da unten steht. What the fuck, wo sind die Reifen denn? Sind die oben oder unten in der Stadt? Oh, ich kotze gleich. Alter, wo sind die? Wo sind die? Da unten. Also irgendwo seh ich noch ihn hier in der Luft, aber... Ah, da oben. Ah, jetzt hab ich ihn endlich. Den nächsten. Schauen wir mal Milo zu, wie er sich legt. Fuck, Alter. Das war schlimm. Kurz vom Boden nochmal abbremsen, ne? Und hochziehen die Maschine. Das war jetzt nicht das Schlimmste. Oh, Milo, Milo, Milo. Vorsicht. War aber im Flugzeug weg, Alter, gewesen. Ich hab's geschafft. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Ich fühl da nur noch durch auf, wenn ich gemein bin. Der holt euch gleich. Und jetzt volle unten den Boden rein. Halleluja, meinst du hat's geschafft. Ey, das war am Ende noch richtig abscharf, oder? Ja, nicht schlecht. Oh, Daniel. Oh, Gott, ey. Ich reg' mich damit ab, weil sowas viel zu sehr auf. Gib mal Gummi, Daniel. Du bist da erst. Gib Gummi. Du brauchst noch elf Sekunden. Zehn. Neun. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich hab's nicht mal da oben hoch. Ich hab bei dir immer andauernd nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mal ganz sagen, warum ist er zweiter? Wie viel Kredi? 2390 Kredi. Ähm. Was? Mich hat's aus dem Job geworfen. Ah, jetzt. Oh yes. Ähm. Ja. Heiß ich nicht so toll fahren. Die sind echt nicht. Nur 3000? Also ich fand's schön. Guck mal da, ich bin nur 750. Jetzt mal mehr. Oh, schau mal da oben, ganz oben. Ja, Mitte meinst du, oder was? Ganz oben rechts. Ja, komm. Das sieht irgendwie nach nem Bankraub aus, oder? Ey, ich kann nicht bewerten. Ja, heiß. Oh. Hast du auch die Scheiße. Ohhhh. Tut uns aber leid, dass du nicht bist. Ich hab noch nie bewertet. Ich kann auch nix bewerten, wenn ich noch nicht mal damit gespricht, äh, dabei war. Na, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein wählen. Ich meine Stimme abgeben beim Bundestag der GTA Online Versammlung. Tja. Wenn's sowas gibt, ey. Das wäre Panzerung kaufen. Brauchst du jetzt wohl die... Was? Oh. Boah ey. Lass mal an, bitte. Lass mal bitte an. Ne, 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 ne. Nun lass, ey, wir sind miteinander. Wir müssen was übernehmen. Man scherzt jetzt ja nicht miteinander. Das ist neulich. Das ist für ein Rang 1, Alter. Wenn wir das verkacken, ne. Dann ist es echt so weit. Wie Rang 1? Das ist für Rang 1. Offen ab Rang 1. Ach du Scheiße. Also wenn wir die Mission verkacken, ne. Äh, Team ansehen. German Breakers. Oh, ich bin immer alleine, weil ihr bei Team seid. Du. Okay, ich bin bereit. Milo, geh du mal zu Daniel. Ne, ich bin mit meinem eigenen Team. Nein. Lass uns loslegen. Also ich hab ne Wette abgegeben. Wie viel? 500. Du? Null. Echt? Ja, im Ernst? Warum soll ich Geld abgeben? Bist du ne harte Sau. Ich hab mein Geldkoffer dabei. Ey, ich bring hier von Mission zu Mission. Das macht Spaß. Ja, das macht es. Und Daniel hat nicht die Seuche. Er fliegt nicht raus. Hm. Dann wissen wir ja, am wehen das lag. Oh, meins, meins. Ich will, ich will, ich will. Ja. Ober die Tasche. Oh, schnätze Tasche. Vielen Dank.